Einen wunderschönen guten Morgen. Highlights, also die Up-Highlights, die habe ich immer mal wieder hier im Blog erwähnt, aber nie ausführlich vorgestellt. Wenn ich PDFs lese oder mir daraus Notizen erstelle, dann kommt mir dafür keine andere ab ins Haus. Und da das iPad plattformübergreifend die mit Abstand beste PDF-Maschine ist, möchte ich diese Empfehlung heute einmal direkt aussprechen.